Guten Morgen, nach den drei oder vier Wochen Einführung in Prozessdynamik und Beschreibung von Prozessdynamik fangen wir heute eigentlich mit der Regelungstechnik an. Feedback, Rückführung, Steuerung, Regelung, Konzepte, die wir in der ersten Vorlesung eingeführt haben, erläutern wir jetzt in mehr Detail und wir stellen auch den typischen Regler vor, den PID-Regler, der in 90% oder noch mehr Anwendungen verwendet wird. Zuerst wollen wir herleiten, was wir am Anfang erwähnt haben, nämlich warum machen wir überhaupt Rückführung und Sie erinnern sich vielleicht, wenn Sie in dieser ersten Vorlesung wollen, dass ich dann die Regelung eines Aufzugs erläutert habe, wo ich gesagt habe, wir können Steuerung machen, um irgendwo in die Nähe des Stockwerks zu kommen und dann Regelung zur Feinabstimmung, weil Regelung den Vorteil hat, dass es die Modellunsicherheit ausgleicht. Und diese Ideen, auch wenn Sie es nicht damals gehört haben, werden wir jetzt in Detail noch einmal anschauen und explizite berechnen oder ableiten, was der Einfluss der Rückführung ist auf diese Sensitivität, wie wir es nennen werden und wie wir es definieren werden. Und wir werden ein Beispiel benutzen, an dem wir diese Herleitungen illustrieren und das ist dieser Gleichstrommotor, den wir wiederum in der Woche 2, die Gleichungen, die wir in der Woche 2 eingeführt haben. Wir haben also hier diese zwei Gleichungen. Eins kommt aus dem Impulssatz oder Trallsatz vielmehr, dass die mechanische, Sie können zurückgehen in Ihren Unterlagen, um diese Herleitungen zu finden. Das erste ist vom Trallsatz, von der Mechanik her, Änderung des Tralls und die verschiedenen Teile hier sind erstens hier Änderung des Tralls, das zweite ist der Einfluss der Reibung. Das hier ist der Einfluss des Stroms und das dritte hier ist der Störmoment. Und dann haben wir weiter vom Kirchhoffschen Gesetz, der Spannungsgesetz, die Spannung in dem Schaltkreis, wie wir ihn hergeleitet haben, ist gleich der angelegten Spannung VA. Also das sind die zwei Gleichungen, die das System beschreiben. Wir führen jetzt andere Größen ein. Zuerst einmal, wir nehmen an, das was wir regeln wollen, ist die Geschwindigkeit des Motors, das heißt, der Winkel abgeleitet nach der Zeit. Das ist unsere Regelgröße Y und zweitens irgendein Moment, das angreift der Motor, das ist der Störmoment, das ist unsere Störung, gegen die wir unempfindlich sein wollen. Wir wollen also die Geschwindigkeit des Motors regeln, auch wenn verschiedene Störmomente angreifen. Und als erstes führen wir also diese Größen ein mit Y der Regelgröße und W der Störgröße, einfach von diesen Gleichungen hier oben, diesen zwei Gleichungen. Dann machen wir die Laplace-Transformation ganz einfach angenommen, dass die Anfangsbedingungen sind Null, daher fallen diese Terme weg. Und wir bekommen da hier die Laplace-Transformierte der ersten, der Mechanik-Gleichung sozusagen, und hier die Laplace-Transformation der Spannung der zweiten Gleichung hier oben. Das heißt, wir haben jetzt zwei Gleichungen hier in zwei Variablen. Was sind die zwei Variablen, die wir nicht kennen? Einerseits ist es natürlich die Geschwindigkeit Y, oder Laplace-Transformierte der Geschwindigkeit Y, die wir herausfinden wollen. Und andererseits, was auch unbekannt ist, ist Laplace-Transformierte des Stroms Ia. Also wir haben zwei Gleichungen, aus denen können wir jetzt eine Variable eliminieren, die wir von einer Gleichung einsetzen, das Ia, von einer Gleichung ausrechnen, das Ia in der anderen Gleichung einsetzen. Also das Ia aus diesen zwei Gleichungen eliminieren. Und wir bekommen dann die Gleichung hier, die ich hier oben auf der Folie niedergeschrieben habe. Wir haben also jetzt Gleichung direkt in der Variable Y. Okay, das ist die Variable, an der wir interessiert sind. Also wir haben die Gleichung in der Variable Y. Und Y ist also eine Funktion auf der rechten Seite von VA. Das ist die angelegte Spannung. Und W ist der Störmoment. Und wir sehen, wir haben jetzt Übertragungsfunktionen. Einerseits diese Übertragungsfunktion hier. Also das kommt dann auf die andere Seite. Und dann haben wir auf der rechten Seite zwei Terme. Hier A. Und hier diesen Term nennen wir dann B. Und es sei vielleicht betont, und ich bin nicht sicher, dass das im Buch, das Sie haben und woher das ist, voll verstanden oder geschrieben ist, dieses B ist eigentlich eine Funktion von S. Das heißt, dieses B ist nicht eine Konstante, sondern es ist eine Funktion von S. Es ist nicht direkt wichtig für diese Ableitungen, aber es ist gut, das im Kopf zu behalten. Und jetzt können wir natürlich das umformen. Und was ich hier jetzt gemacht habe, ist dieses Polynom zweiter Ordnung da hier faktorisieren. Und ich habe hier blind, also hier angenommen, dass das Tau 1 und das Tau 2, also diese Zeitkonstanten, dass das reale Größen sind. Das heißt, dass die Wurzeln dieses Polynoms, das ich hier oben habe, S² und S und 1, dass die Wurzeln dieses Polynom real sind. Und wenn Sie anschauen, jetzt die Gleichungen des Tau 1, Tau 2, die ich bekomme für diese Faktorisierung, das wäre also 1 über Tau, das wäre eigentlich die Wurzeln dieser quadratischen Gleichung hier oben. Und wenn Sie besonders diesen Term hier analysieren, besonders den Term hier in der Wurzel, dann werden Sie sehen, dass aus physikalischen Gesichtspunkten im Allgemeinen der Term unter der Wurzel größer als 0 sein sollte. Und das heißt, dass die Wurzeln real sein werden. Deswegen haben wir diese Faktorisierung möglich in das Tau 1, S plus 1 mal Tau 2, S plus 1, wie ich es hier gemacht habe. Sie können jetzt also von hier oben anfangen, das umschreiben, also das können wir umschreiben hier in das Tau 1, S plus 1 mal Tau 2, S plus 1, dann auf die andere Seite bringen. Und das da hier war das A, und das da hier war das B. Sie bringen das auf die andere Seite und bekommen schließlich den Ausdruck hier unten in der typischen Form, wie wir sie haben wollen. Links die Größe, an der wir interessiert sind, das heißt, die Laplace transformierte der Geschwindigkeit. Und rechts die Einflussfaktoren auf diese Geschwindigkeit. Einerseits die angelegte Spannung, das ist unsere Stellgröße, die wir zur Verfügung haben. Und zweitens die Störgröße WS. Und in dieser Form schauen wir normalerweise die Systeme an und analysieren sie. Und das war jetzt nur die Herleitung aufgrund von der physikalischen Gleichungen dieser typischen Eingang-Ausgang-Form, wie wir sie weiterverwenden werden. Und jetzt, das ist da hier dargestellt, in diesen Gleichungen, in diesen Zeichnungen, da ist nichts Neues drinnen, da ist nur das dargestellt, genau was wir wissen, was wir hergeleitet haben. Nämlich, was wir hergeleitet haben, ist diesen Ausdruck hier. Einerseits das Einflussgröße des V, A, und andererseits das Einflussgröße des W. Und hier sehen wir die Summe der zwei Einflüsse V, A und W, wie wir es auf der letzten Gleichung, auf der letzten Zeile dargestellt haben. Und jetzt unterscheiden wir hier, wie wir es schon in der ersten Vorlesung gesagt haben, zwischen zwei Strukturen, grundsätzlich anderen Strukturen, die wir in der Regelungstechnik verwenden. Einerseits diese Open-Loop-Struktur und das Zweite ist die Feedback-Struktur. Oder das da hier, haben wir auch genannt die Steuerung. und das wäre die Regelung. Und Regelung bedeutet diese Rückführung und Feedback-Rückführung und die Steuerung hat keine Rückführung. Also hier bezogen auf den Aufzug, den ich in der ersten Stunde vorgestellt habe, wäre es, dass wir hier ein Stockwerk vorgeben und wir dann den Motor so schalten, bis der Aufzug in etwa auf die richtige Höhe kommt. Während in dem zweiten Fall wir die Aufzugposition messen und dementsprechend den Motor ein- und ausschalten. Hier in dem Beispiel, hier ist die Motorgeschwindigkeit. Also in meinem Fall wissen wir über diesen Regler hier, berechnen wir vor, wie viel Spannung es braucht aufgrund des Modells, um eine bestimmte Geschwindigkeit des Motors zu erreichen. Wir können da eine Tabelle oder wir können das kalibrieren oder wir können es berechnen aufgrund der Gleichungen, die ich Ihnen vorgestellt habe. Wir wissen also, wie viel Spannung wir auflegen sollen, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu erreichen. Und das wird in diesem Controller gemacht. Und im zweiten Fall messen wir effektiv die Geschwindigkeit. Wir haben also einen Sensor hier, der uns die Geschwindigkeit misst. Und dementsprechend entscheidet der Regler, wie er die Spannung anpassen soll, um eine bestimmte Geschwindigkeit, das ist diese Reference Speed R, diese Reference Speed zu erreichen. Das heißt, die grundsätzlich zwei verschiedenen Strukturen. Und wir wollen jetzt in der Analyse vergleichen, was sind die Vor- und Nachteile dieser zwei Strukturen. Und wir wollen einerseits anschauen, wie das Verhalten der Strukturen sich unterscheidet unter Einfluss dieser Störgröße, W, das ist eine Frage, die wir im einen Fall hier und im zweiten Fall hier, da ist wieder diese Störgröße, wir wollen entscheiden, wie sich die zwei Strukturen unterscheiden. Und zweitens, was wir feststellen wollen, wie sich die zwei Strukturen unterscheiden, wenn sich zum Beispiel der Faktor A hier, das ist eine Motorkonstante, wie sich das ändert. Und wie wirkt sich diese Änderung auf das Verhalten des Reglers aus, in den zwei Fällen einerseits Steuerung und andererseits Regelung. Das ist also unser Ziel. Und was wir machen wollen hier, der Einfachheit halber, jetzt ist nur das stationäre Verhalten anschauen, das heißt also nur im Steady State. Und da kommt uns zugute, was wir hergeleitet haben, die Final Value Theorem, das heißt also die Endwertsatz, das heißt wir brauchen uns nur anschauen, bei einem Sprung, das heißt 1 über S und Endwertsatz wird dann multipliziert mit S und S gegen 0. Das heißt, wir untersuchen das nur in diesem stationären Verhalten. Wir werden dann sagen, wir können etwas Ähnliches machen, auch wenn wir die Dynamik als Ganzes behandeln, aber im Moment schauen wir uns nur dieses stationäre Verhalten an. zuerst einmal den Fall, wenn W ist gleich 0 in den zwei Fällen. Einerseits die Steuerung und andererseits die Regelung. Und jetzt nehmen wir an, das heißt also für die erste Ableitung, das hier ist 0, dieser ganze Term, das wäre auch dieser Term, hier ist 0, ich glaube mein Stift hier ist zu Ende. Dieser Term hier ist 0. Und wir schauen uns das Verhalten an und hier, das nehmen wir mal an, dass dieser Regler, den wir hier haben, und ich gehe noch einmal zurück hier. Dieser Regler hier ist in beiden Fällen einfach eine Konstante und ich schaue jetzt nur das stationäre Verhalten an. Das heißt, wir nehmen eine Konstante. Natürlich ist es nicht unbedingt die gleiche Konstante, wie ich hier da, also hier könnten wir sagen, KS für die Steuerung und KR für die Regelung. wird nicht gleich gewählt werden. Okay. Und jetzt nehme ich also an, diese Spannung am Eingang ist proportional dem Sollwert R, das ist also die Geschwindigkeit. Das wäre, wie ich gesagt habe, ich berechne vorher irgendwie, wie sich eine bestimmte angelegte Spannung auf die Geschwindigkeit auswirkt und das ist, wie ich das K bestimme, aufgrund von Modellbetrachtungen. Wenn ich jetzt annehme, dass dieses Modell hier, wie gesagt, ich schaue mir jetzt einmal das mit W gleich Null an, wenn ich annehme, dass dieses Modell korrekt ist, dann will ich hier, was ich erreichen will, ist, dass da hier R, das soll der Sollwert, die Geschwindigkeit soll gleich der Referenzgeschwindigkeit sein. Und wenn ich jetzt wieder stationär betrachte, die ganze Sache, das heißt Endwertsatz, das heißt S gegen Null, S gegen Null wäre vom Endwertsatz, das hier geht weg, okay, dann bekomme ich hier R ist gleich AV. Hier bekomme ich R ist gleich AV. Okay. Wenn ich jetzt ausrechnen will, was soll, wie soll ich VA wählen, dann ist das klar, ich wähle VA, VA ist gleich R über A, und wenn ich jetzt, das heißt, mein K, mein Wert K, den ich suche hier, ist gleich A. Entschuldigung, K ist gleich 1 über A, natürlich. K ist gleich 1 über A, K ist gleich 1 über A, wird uns genau geben, die Referenzgeschwindigkeit, also ich kann hier einsetzen jetzt, A, das hier ist das K, das hier ist, genau, VA ist gleich K, R, und K ist gleich 1 über R, und daher bekomme ich am Ende, Y ist gleich R. also eine ganz einfache Betrachtung, ich schaue mir an, wie soll ich die Spannung wählen, und dieses K ist gleich 1 über diesen Gainfaktor in der Übertragungsfunktion. Und jetzt die zweite, das war also die erste Betrachtung mit der Steuerung, und jetzt schauen wir das zweite an über die Regelung, und da muss ich natürlich mir das Blockdiagramm anschauen, hier, ist dieses V hier, V ist gleich K, das ist die Reglerkonstante, mal R minus Y, okay, das wäre, das hier ist K, und das hier ist der Fehler, R minus Y ist hier, okay, VA ist gleich K mal R minus Y, und ich kann natürlich jetzt dieses VA wiederum hier einsetzen, Laplace transformiert, und ich kann diese Gleichung dann, und das hier ist 0, und ich kann das dann, oder auch nicht 0, hier ist es weiterbehalten, und ich kann aus dem jetzt das für Y lösen, die Gleichung, für Y, für hier Y lösen, und bekomme den Ausdruck, den ich hier angegeben habe. Einfach von der Algebra, Y ist jetzt A, K, R plus B, W, über diesen Nenner. Und jetzt kann ich mir noch einmal anschauen, was passiert mit W ist gleich 0, also das W ist gleich 0 wäre das aus, jetzt wieder Endwertsatz, T gegen Unendlich, R ist gleich 1 über S, multipliziert mit S, das heißt, 1 über S und S kürzt sich, das schaue ich einfach an, wenn das gegen 0 geht, das wieder 0, das wieder 0, und das ist dann daher A, K, von hier, mal R, mal die Referenz hier, A, K, mal R, über 1 plus A, K. Das ist jetzt der Unterschied, und Sie können jetzt vergleichen, einerseits hier Y, S, S ist gleich R, und im zweiten Fall, Y, S, S ist gleich A, K über 1 plus A, K, R, das ist also die zwei verschiedenen Beziehungen, einerseits für die Steuerung im ersten Fall, für die Regelung im anderen Fall, und jetzt kann ich auch sagen, wenn natürlich A, K sehr groß ist, oder viel größer als 1, dann wird das ungefähr R sein. Dann ist dieser Term hier, das hier ist vernachlässigbar, das 1, dann kürze ich das weg, und ich kriege Y ist etwa R. So in der Regelung scheint es hier, von dieser einfachen Betrachtung, es ist nicht so gut eigentlich, wie die Steuerung, weil in der Steuerung bekomme ich Y, S, S ist gleich R, ohne irgendwelche asymptotische Betrachtungen anzustellen, im Gegensatz dazu, bei der Regelung muss ich A, K, oder A ist gegeben, K sehr groß machen, um diese Beziehung Y, S, S ist gleich R herzustellen. Also das ist, wie ich diese Parameter wählen würde. Diese Betrachtungen waren jetzt alle mit W ist gleich 0. Und jetzt werden wir das wiederholen und W ungleich 0 machen und schauen, wie Sie diese zwei Strukturen, Steuerung und Regelung vergleichen, mit W ist ungleich 0. Und im ersten Fall kriege ich dann einfach AKR, das ist von vorher, plus BW, diesen Einfluss hier, AK war wie vorher abgeleitet 1, das heißt, ich bekomme hier R plus BW und wenn ich mir jetzt den Fehler ausrechne, Delta Y, oder die Abweichung, dann bekomme ich, also Y steady state, minus R, minus den Sollwert vom Y, bekomme ich hier BW. Also der Fehler, Delta Y, wenn ich eine Störung habe, ist gleich BW, ist gleich dem Einfluss der Störung, natürlich unabhängig von dieser Steuerung, ist der Einfluss, weil die Steuerung sieht nichts von dem Fehler, wenn wir noch einmal zurückgehen, alles das, was das heißt, ist diese Steuerung, stellt die Motorgeschwindigkeit ein, auf der anderen Seite gibt es eine Störung und die Störung stört die Motorgeschwindigkeit und der Einfluss der Störung hat nichts zu tun mit der Steuerung. Sie sehen den Einfluss der Störung direkt in der Motorgeschwindigkeit. Und jetzt im zweiten Fall, wir schauen uns das gleich an, sehen Sie, dass wenn diese Störung auftritt, bemerkt natürlich die Regelung was davon, weil es geht in diesen Kreis hinein und die Regelung wird dementsprechend das VA verstellen. Und daher nehmen wir an, dass die Empfindlichkeit gegenüber der Störung abnehmen soll, wenn wir dieses K richtig wählen. Und das, was wir hier machen, also wir haben den ersten Fall BW und im zweiten Fall, wie wir hergeleitet haben gerade früher, das hier ist AK über 1 plus AK. AK über 1 plus AK und dann kommen wir noch einen Term BW dazu, aber der mit dem gleichen Nenner hat. AK über 1 plus AKR, das war wie vorher, plus das hier ist jetzt der Einfluss der Störung. Und was wir jetzt vergleichen, ist einerseits der Einfluss der Störung, Y minus R im Falle der Steuerung, in der Falle der Regelung, im ersten Fall, also dieser Einflussvergleich, im ersten Fall ist es B, im zweiten Fall mit der Regelung ist der Einfluss der Störung um einen Faktor 1 über 1 plus AK reduziert. Und das ist hier zusammengefasst und das ist extrem wichtig, diese Regelung reduziert die Auswirkung der Störung um einen Faktor 1 plus AK. Sie können auch sagen, das ist eine Übertragungsfunktion hier, 1 über 1 plus AK. Und diese Übertragungsfunktion, wenn das jetzt im allgemeinen Fall Funktionen von S sind, nennt sich die Sensitivität oder die Sensitivity? Funktion. Und das ist, was ich in jedem, oder in praktisch jedem Paper, in jeder Arbeit, die sich mit Regelungen beschäftigt, sage ich, Sensitivitätsfunktion, Sensitivitätsfunktion. Das ist typisch ein Begriff, der immer auftaucht und das ist immer so definiert, 1 über 1 plus AK. Und was ist jetzt AK in dem Fall? Also wenn wir das jetzt, wir haben hier K, wir haben hier A, okay, und hier Minus. AK ist einmal um den Loop Home, diese Loop Transfer Function, Minus AK, das heißt, hier unten haben wir 1 minus Loop, wie wir es in der zweiten Vorlesungsstunde oder herabgeleitet haben. Also das ist die 1 plus AK, wäre auch die Übertragungsfunktion von hier. K, A, minus, wäre die Übertragungsfunktion zwischen hier, der Störung und dem Ausgang hier, wäre, zwischen denen wäre 1 über 1 plus AK. Diese Übertragungsfunktion und das ist die Sensitivität oder Sensitivität. Okay, das ist der große Unterschied zwischen Regelung und Steuerung und wir sehen natürlich, wenn jetzt K groß ist, dann wird dieser, für K groß, wird dieser Einfluss der Steuerung, wenn wir diesen Gain stark hoch wählen, groß wählen, für die Regelung, dann wird der Einfluss der Steuerung reduziert, der Einfluss der Steuerung reduziert, wie wir es hier von diesem Ausdruck sehen. Jetzt das zweite ist, wenn wir uns anschauen, Stellgrößenveränderungen, Entschuldigung, vorher schauen wir noch Sensitivität an, Sensitivität, Empfindlichkeit gegenüber Änderungen im System selbst, also jetzt haben wir eine unbekannte Störung, das Wichtige ist, diese Störung, die auftritt, hier in dieser Beziehung, wir messen sie nicht, wir kennen sie nicht, das ist irgendeine Störung, die auf das System einwirkt und wir wissen von dieser Herleitung, dass ganz egal, was das W ist, wenn wir K groß wählen, verschwindet der Einfluss dieser Störung. Es hängt nicht davon ab, wie genau wir jetzt B kennen, das ist vollkommen irrelevant, ob wir jetzt, wenn wir die Störung auch nicht messen, die Regelung reduziert den Einfluss ohne Wissen über die Störung, die auftritt. Das heißt, die Regelung, wir verwenden die Regelung, um unsere Unwissenheit zu kompensieren, oder unser Unwissen zu kompensieren. Wir wissen nicht genau, was vorgeht, wir kennen nicht die Störung, wir können sie nicht messen, wir wissen sie nicht, wie sie einwirkt, aber mit der Regelung können wir das kompensieren, auch wenn wir nichts wissen. Das heißt, wir verwenden die Regelung immer, um unser Unwissen zu kompensieren. Und genauso, was auch auftreten könnte, natürlich immer, unser Unwissen, ist Unwissen, wie sich das System selbst verhält. Das heißt also, wie genau die Geschwindigkeit abhängt von der angelegten Spannung. Das ist irgendeine Funktion, wir wissen das nicht genau, und wir möchten natürlich auch sicher gehen, dass wir diese Geschwindigkeitsregelung gut machen können, auch wenn wir diesen Zusammenhang zwischen Spannung und Geschwindigkeit nicht gut kennen. Und daher untersuchen wir jetzt, was passiert, wenn dieser Zusammenhang ändert. Und insbesondere nehmen wir einfach an, dass dieser Faktor A, das ist die Verstärkung im Motor, Zusammenhang zwischen V und Geschwindigkeit, wenn sich das A ändert. Und wir schauen, wie empfindlich ist unser Ergebnis auf Änderung in dem A, das heißt, wenn wir Unwissenheit haben, Unwissen haben, über das A. Und das ist jetzt eine einfache Ableitung hier, K, Sie erinnern sich von vorher, also K A, ist einfach die Verstärkung T im Open Loop, zwischen Eingang und Ausgang für die Steuerung. Und wir ersetzen jetzt hier das A, A plus Delta A, dann setzen wir das für das K ein, hier 1 über A, multiplizieren das aus und bekommen dann schließlich, wenn Sie jetzt das hier noch über, also das 1 ist T Open Loop, und dieses Delta T A ist Delta T Open Loop und wir können jetzt das Ganze noch einmal mit T Open Loop dividieren, das heißt, es wäre, wir können das jetzt da hier mit T Open Loop, weil T Open Loop ist 1, T Open Loop ist 1, das heißt, wir können das da hier dividieren durch T Open Loop und das da hier kriegen wir T Open Loop, ohne Änderung und das hier wird 1, und jetzt durch Vergleich können wir sehen, Delta A über A ist gleich Delta T Open Loop über T Open Loop und das ist, was ich hier geschrieben habe, was heißt das? Delta A über A wäre die relative Änderung Prozent und so weiter von Verstärkung und hier Delta T Open Loop wäre die Übertragungsfunktion relative Änderung und wir sehen also hier für die Steuerung, dass das gleich ist, wenn ich einen 5% Fehler habe in der Verstärkung, werde ich einen 5% Fehler haben in der Steuerungsübertragungsfunktion. Das heißt, wenn ich 5% Fehler habe, wird auch meine Geschwindigkeit 5% falsch sein. Das heißt, es gibt keine Reduktion der Empfindlichkeit. Und Bode, der Herr mit dem Bode-Diagrammen, hat jetzt eingeführt eine Größe, die er nennt Sensitivität, und zwar hat er gesagt, wir wollen wissen, das Verhältnis, wie sehr sich dieses Delta T, wie sehr sich das verändert, wie viel ist der Prozentänderung in der Übertragungsfunktion, wenn ich eine Prozentänderung habe in der Verstärkung. Er sagt, wie viel, wenn sich die Verstärkung ändert um 10%, die Übertragungsfunktion ändert sich hier um 10%. In der Regelung weniger, wie wir gleich sehen werden. Aber das ist die Definition, und das ist dann nur die differenzielle Form dieser Definition. Also wenn Sie sich statt am Delta T einsetzen, die Ableitung, also Infinitesimaländerung, dann bekommen Sie das als Definition der Sensitivität. Und für Steuerung natürlich ist diese Sensitivität 1, das heißt, jeder Fehler proportional übersetzt, überträgt sich genau gleich auf das Ergebnis, auf die Übertragungsfunktion. Und was passiert jetzt mit der Regelung? Wiederum, wir wollen diese Größe hier, diese Größe hier, wollen wir jetzt für die Regelung berechnen. Für die Steuerung wissen wir, das ist 1, wie ist diese Größe jetzt, genau die ich hier in einem Quadrat hier gezeichnet habe auf der rechten Seite, wie ist das, wenn ich es für die Regelung berechne. Und für die Regelung habe ich die folgende Übertragungsfunktion. TCL, also das war die Übertragungsfunktion Closed Loop, CL, Closed Loop, vorher habe ich Open Loop gehabt, Closed Loop, war AK über 1 plus AK, und Sie erinnern sich, ich schaue alles nur im Steady State an, das war meine Übertragungsfunktion zwischen Referenzwert und Ausgangsgeschwindigkeit. Das ist die Übertragungsfunktion. Und ich möchte jetzt für diese Übertragungsfunktion ausrechnen, was ich hier habe, nämlich A über T, A über T, mal DT über DA. Diese Funktion will ich ausrechnen, das ist meine Sensitivität. und das kann ich jetzt da hier machen, die Sensitivität, TCL, Closed Loop, A über T, A über T, okay, und das hier, wenn Sie es anschauen, ist nichts andere als DT über DA, wobei das TT das T hier oben ist. Das ist einfach abgeleitet, dieses T nach A, Sie sehen unten A Quadrat und dann U' minus V' V' U. So, und das können Sie jetzt alles hier durchmultiplizieren und so weiter und Sie bekommen schließlich dieses Ergebnis, das heißt, Sie bekommen hier die Sensitivität ist 1 über 1 plus AK, Sie erkennen die gleiche Übertragungsfunktion wie vorher, vorher war das Übertragungsfunktion zwischen Störgröße, die angreift und Ausgang, hier ist jetzt eine ganz andere Bedeutung, es ist die Sensitivität, es ist die Empfindlichkeit, wie viel sich diese Übertragungsfunktion ändert, Relativgröße, Delta T über T, wenn sich relativ A ändert, Delta A über A. Das ist diese Sensitivität und Sie sehen jetzt hier durch die Regelung wiederum, wird die Übertragungsfunktion oder die Sensitivität reduziert um diesen Faktor 1 über 1 plus AK wiederum die Sensitivitätsfunktion. Also bekommen wir diese Funktion mit zwei Ableitungen genau die gleiche Funktion, Herleitungen, einerseits die Empfindlichkeit gegenüber einer unbekannten Störung und hier die Empfindlichkeit gegenüber einer unbekannten Änderung in der Übertragungsfunktion T. Gibt es dazu Zufragen? Es ist sehr wichtig, weil wenn Sie wer fragt, wozu verwenden wir Regelung? Dann die Antwort muss sein an erster Stelle, um unser Unwissen zu kompensieren. In speziellen Fällen, wenn das System unstabil ist, auch das System zu stabilisieren, aber die meisten Systeme, die wir Ingenieurmäßig entwickeln, entwickeln wir nicht, dass sie unstabil sind. Wir entwerfen sie, sodass sie stabil sind und daher in erster Stelle ist die Regelung wird verwendet, um den Einfluss von dem Unwissen, das wir haben über das System, sei es über Störungen, sei es über die Parameter im System zu reduzieren. Hier das Argument ist nur gemacht, wenn Sie jetzt alle diese Funktionen, die ich dahin geschrieben habe, das A, das K und so weiter, wenn das alles Funktionen von S sind, dann können Sie natürlich auch diese Sensitivität ausrechnen, jetzt als S gleich J Omega und können dann auch einen Bode-Diagramm machen von der Sensitivität und was sich dann zeigen wird, ist, dass natürlich die Sensitivität Frequenz abhängig ist, hier haben wir gesehen, ist 1 über 1 plus AK, also das D ist hier der Regler, natürlich ist der Regler Frequenz abhängig, natürlich ist G-Frequenz abhängig, das heißt, da bekommt man dann irgendein Bode-Diagramm für die Sensitivität, das heißt, zu verschiedenen Frequenzen, die Sensitivität kann anders sein, teilweise kann es irgendwo kleiner als 1 sein und dann kann die Sensitivität größer als 1 sein, das heißt eigentlich, die Regelung ist schlechter, macht die Empfindlichkeit größer als ohne Regelung, auch das ist möglich, wie wir lernen werden. Gibt es dazu Fragen? Es ist wirklich essentiell, dass Sie das verstehen und diesen Unterschied und auch das sich erinnern später und wissen. Sie werden sicher vieles über die Vorlesung vergessen in einem Jahr oder zwei oder vielleicht in einem Monat, aber das ist etwas, das Sie sich erinnern sollen. Warum verwende ich Regelung? Und ich kann das nicht genug betonen, weil nicht immer hat man das gelernt in solchen Vorlesungen. Die Wissenschaft war eine Zeit lang total verwirrt über diese Aspekte. Zum Glück hat sie zurückgefunden zu dem. Herr Bode war nicht verwirrt. Herr Bode hat ganz genau gewusst, was da alles passiert. Aber dann sind andere Leute gekommen, die haben plötzlich alles vergessen, was der Herr Bode geprädigt hat. Jetzt noch einmal zurück zu dieser Übertragungsfunktion, wie ich sie hergeleitet habe. Also hier der Y, Sie erinnern sich, die Geschwindigkeit, R, diese Referenzgeschwindigkeit, W, irgendeine angreifende Störung, das war die Übertragungsfunktion im Closed Loop für die Regelung mit einem Regler K. Und im Moment nehmen wir an, dass K nur eine Konstante ist. Also wie ich gesagt habe, K ist gleich Spannung, ist gleich K mal Fehler Y minus R. Und Sie können jetzt natürlich die Pole ausrechnen, dieses charakteristischen Polynoms hier. Und das ist das, was die Antwort bestimmt, ob sie stabil ist, instabil, schwingt oder nicht schwingt, wie ich Ihnen vor zwei Wochen gezeigt habe. und hier ist einfach diese quadratische Gleichung hier gelöst. Das heißt, die Wurzeln S1, 2 sind gegeben, wie ich es hier hingeschrieben habe, für das System. Und was wichtig ist, AK erscheint daher, dass AK beeinflusst in dem Fall also das dynamische Verhalten. weil jetzt haben wir natürlich hier S, das heißt die Übertragungsfunktion, wir haben das Verhalten mit der Zeit, wir haben diese Pole und die Pole hängen ab von K und daher das Zeitverhalten ändert sich mit K. Jetzt, wenn das AK gleich Null ist, also wenn K gleich Null ist, dann können Sie leicht von diesen Gleichungen ausrechnen, dann wird S1, 2 1, 2 wird dann 1 über Tau 1 oder minus 1 über Tau 1 und minus 1 über Tau 2. Also das sind die zwei Pole für diese Übertragungsfunktion, wenn K gleich Null ist. Wenn wir keinen Regler haben, dann ist es natürlich genau die Pole des Motors, wie wir ihn entworfen haben, 1, 2, Tau 1 und Tau 2. Wenn Sie sich jetzt das anschauen, wenn jetzt K größer wird, also K nicht gleich Null ist, da hier habe ich ein Negativzeichen, dann wird der Term unter der Wurzel kleiner, wird kleiner und man kann sehen, dass wenn man jetzt das S1, 2 ausrechnet, was ich nicht machen werde jetzt, dass die Pole mehr in die linke Halbebene hinein rutschen, ich werde das gleich zeigen, und daher die Dynamik schneller wird. Aber es kommt natürlich der Punkt, wenn ich hier diesen Term anschaue, diese Diskriminante hier, es kommt der Punkt, wo das Null wird. Wenn K groß genug ist, wird der Term unter der Wurzel Null, das heißt, ich bekomme jetzt nur einen Pol, einen doppelten Pol, und wenn das weiter K größer wird, dann wird der Term unter der Wurzel negativ, das heißt, ich bekomme komplexe Pole, das heißt, das System wird schlechter gedämpft, das heißt, wenn das passiert, wenn ich K erhöhe, erhöhe, okay, wenn K größer wird, wird es zuerst schneller, dann schlechter gedämpft, und ich werde das gleich zeigen. Wir wissen aber auch, dass K, wie wir früher gesehen haben, das ist in dieser Sensitivität, ein großes K ist gut, weil es die Sensitivität reduziert, das heißt, Sie haben jetzt hier in dem einfachen Fall ein Trade-off einerseits großes K gut, kleine Sensitivität, großes K, zu großes K schlecht, bezüglich schlecht gedämpft, sogar unstabil. Das heißt, es gibt da irgendeinen Wert K, den Sie entscheiden müssen, Sensitivität schlecht gut, dynamisches Verhalten schlecht gut. Irgendwo da drinnen, wo jetzt der Wert da drinnen ist, das ist abhängig vom Problem, abhängig von den Spezifikationen. Wir schauen uns jetzt das genau an, an diesen Wurzelort Kurve, in Englisch heißt es auch Root Locus, wie sich die Wurzeln S1, S2 verändern als Funktion von K. Genau das, was ich Ihnen vorher einfach erklärt habe, zeichnen wir hier uns auf, genau. Das heißt, wir haben zuerst K ist gleich 0, K ist gleich 0 und dann haben wir eine Wurzel hier bei minus 1 über Tau 1 und 2 und hier eine Wurzel minus 1 über Tau 1, wie ich Ihnen vorher gesagt habe. Dann erhöhe ich K und wie ich gesagt habe, wenn K einen bestimmten Wert, dann gibt es nur eine doppelte Wurzel. Das heißt, wie sich diese Wurzeln bewegen, ist hier gezeigt. Diese Wurzeln bewegen sich also hin auf eine doppelte Wurzel und genau hier drinnen an diesem Punkt, wo sie gleich werden, ist die Diskriminante, der Term unter der Quadratwurzel. Dieser Term hier ist gleich 0 und das gibt Ihnen genau den Punkt hier und das gibt Ihnen genau dieses K. Für dieses K ist der Term 0, für dieses K sind die zwei Wurzeln gleich. Wenn Sie jetzt K weiter erhöhen, dann wird der Term unter der Wurzel negativ, das heißt, Sie kriegen zwei komplex konjugierte Wurzeln und Sie verhalten sich wie jetzt hier gezeichnet, nämlich Sie gehen zuerst hier zusammen und dann trennen Sie sich und die eine Wurzel geht in die Richtung und die andere Wurzel geht in die Richtung. Das heißt, Sie kriegen komplex konjugierte Wurzeln mit immer größer werdenden Imaginärteilen, wenn sich K vergrößert. Und also diese Wurzelortkurve beschreibt Ihnen gut das dynamische Verhalten als Funktion von einem Parameter. Wenn Sie einen Parameter haben, kann man das gut zeichnen. Wenn Sie dann zwei Parameter haben, können Sie vorstellen, dann wird das nicht gerade übersichtlich. Aber mit einem Parameter können Sie, bitte. In dem Fall nicht. In dem Fall nicht. Im allgemeinen Fall ja. Sie sagen ganz richtig, wir werden sehen jetzt im nächsten Fall, wo wir den Regler etwas komplizierter machen, kann es sein. Hier haben Sie ganz recht, hier natürlich nicht, weil hier sehen wir, dass die Wurzeln immer in der linken halbe bleiben. In dem Fall hier bekommen wir schlechtere Dämpfung, weil die Dämpfung wiederum, Sie erinnern sich, ist dieser Winkel hier, Sinus von dem Winkel war gleich die Dämpfung und wie die Wurzeln hinaufgehen, wird die Dämpfung schlechter und schlechter, aber Unstabilität tritt hier nicht auf. Sie wissen auch, dass von der Anstiegszeit, Entschuldigung, von der Also mit diesem Verhalten, was wir bekommen, ist eine kürzere Anstiegszeit, wenn Sie zurückgehen auf die Solution, wir kommen schneller auf den Steady State, auf den Endwert hin, aber schneller Anstiegszeit schneller das erste Mal, aber dann dauert es länger, bis die Schwingungen abklingen, also das heißt, die Ausregelzeit wird dann länger, die Ausregelzeit hier, die Ausregelzeit hier, und kürzere Anstiegszeit, längere Ausregelzeit hier unten, längere Ausregelzeit. Schlechtere Dämpfung, Überschwingen und so weiter. Aber das ist das Verhalten mit K Größe werden. Wie gesagt, wir haben also hier das Trade-Off zwischen Machen wir Pause. Hab es nicht gehört, oder haben Sie es gehört? War keine Klocke. Dann machen wir zehn Minuten Pause weiter um 11.15 Uhr. Meine Damen und Herren, können wir weitermachen. Also ich habe hier kurz erklärt, was passiert, wenn ich K vergrößere. Und wenn ich K vergrößere, in dem Fall, wie Sie richtig bemerkt haben, wird zwar die Antwort zuerst besser und dann schlechter, aber in dem speziellen Fall wird sie nicht unstabil. Sie wird zwar fast unstabil, im Sinne, dass ich fast nur dann Schwingungen habe, die sehr langsam ausgedämpft werden, aber es wird nicht unstabil. Aber, wie gesagt, da ist so ein guter Punkt zwischen einem nicht zu kleinen K, damit ich eine gute Sensitivität bekomme, und nicht einem zu großen K, damit ich keine schlechte Antwort bekomme. Und das heißt, und hier ist das illustriert, genau an dieser Übertragungsfunktion, die Sie haben, es ist angenommen ein Tau 1, ein Tau 2, ein bestimmtes A und B und dann eine Störung und das hier, K ist gleich 0,1. Das heißt, in dem Regler nehmen wir jetzt an 0,1 und das ist das Störverhalten, das Sie sehen. Wenn Sie also eine Störung, wenn jetzt irgendein Drehmoment angreift an diesen Motoren, und das ist diese Störung bis minus 0,1, dann sehen Sie zwei Sachen. Erstens geht das auf minus 5 und ich betone diese Punkte zum Vergleich mit dem nächsten Diagramm. Minus 5 hinunter ist ein sehr starker Einfluss, der natürlich über dieses B50 kommt. Und zweitens, wenn Sie sehen, wie lang dauert das, es dauert, sagen wir der Einfachheit halber, ungefähr 0,1 Sekunden, bis die Störung dann zu einem stationären Verhalten führt. Also Sie haben eine recht große Abweichung und Sie haben diese Antwortzeit von 0,1. Und jetzt gehen wir und vergrößern diesen K, vergrößern diese Verstärkung und wie ich Ihnen gesagt habe vorher, es wird schneller, es wird mehr schwingend, es gibt weniger Fehler und genau das sehen wir natürlich in der Simulation, wir haben jetzt K ist gleich 10, Faktor 100 vergrößert und Sie sehen jetzt wieder die gleiche Störung, das heißt W ist minus 0,1 hier und Sie sehen was jetzt passiert, zuerst einmal kriegen Sie hier einen stationären Wert auf 0,05 vorher war es 0,5 oder 5 sogar einen großen Fehler, Sie haben jetzt einen geringen Fehler, einen geringen Einfluss der Störung weil das Wünschenswerte wäre 0, dass die Störung überhaupt keinen Unterschied macht in der Geschwindigkeit hier sehen Sie einen viel reduzierten Fehler aber Sie sehen dass es schwingt und Sie sehen aber dass die Antwortzeit viel kleiner ist die Antwortzeit ist 0,02 im Vergleich zu 0,1 vorher das heißt Sie kriegen schnellere Antwort mehr schwingen weniger Fehler genau das nur hier illustriert an dieser Simulation wenn wir k größer wählen um einen Faktor 100 und hier ist das gezeigt wenn ich keine Störung habe sondern nur eine Sollwert Änderung die Geschwindigkeit ändern will um 1 Sie sehen dann hier wiederum mit diesem großen k Sie sehen hier praktisch keinen Fehler das ist praktisch 1 aber Sie sehen doch gewünscht wäre wie in diesem Fall aber nur zur Illustration und hier also wie verändern wir mit k k langsam großer Fehler schnell kleiner Fehler irgendwo dazwischen gibt es was Gutes aber das ist man sieht man ist eingeschränkt in der Qualität die man erreicht entweder großen Fehler oder große Schwingen und um das wirklich zu verbessern müssen wir den Regler in dem Regler mehr Freiheitsgrade einführen den Regler komplexer machen damit wir mehr Einfluss nehmen können auf die Antwort und wir leiten jetzt her den PID Regler in schrittweise PID Regler das was wir bis jetzt gehabt haben dieses K hier ist der Proportional Regler das was wir jetzt analysiert haben proportional weil er einfach das sagt U ist proportional zum Fehler U ist gleich KE natürlich die Übertragungsfunktion ist dann auch einfach K und hier habe ich wieder das Diagramm von vorher gezeichnet jetzt wirklich nur wiederholt was ich vorher schon gesagt habe kleiner stationärer Fehler geht auf Kosten schlechteren transienten Verhaltens mit diesem einen Freiheitsgrad wie ich es analysiert habe jetzt die folgende Erweiterung machen wir und die Erweiterung ist zuerst ein I Regler ein Integral Regler jetzt was macht der Integral Regler wir werden dann zu einem PI Regler gehen also das PI und das I aber im Moment schauen wir uns an nur den I Regler was macht der Integral Regler der sagt jetzt vorher haben wir gehabt Sie erinnern sich U ist gleich K mal E das heißt Stellgröße proportional zum Fehler was sagen wir jetzt hier Stellgröße U ist proportional das ist einfach eine Konstante zum Integral des Fehlers das heißt ich addiere ich integriere den Fehler mit der Zeit und stelle mein U ein proportional zum Integral des Fehlers was ist der große Vorteil dieses Integral wenn jetzt der Fehler hier ist dann natürlich wird dieses Integral das wäre jetzt das E und hier unten könnte ich jetzt zeichnen das Integral von E und ich könnte jetzt sagen es fängt bei Null an es wird jetzt hier positiv dann nimmt es langsamer zu dann nimmt es nicht zu in diesem Bereich dann nimmt es wieder ein bisschen zu und dann wird das Integral hier wird das Integral dann konstant was heißt das dass das Integral nimmt zu oder ändert sich solange E ungleich Null ist wenn E ungleich Null ist ändert sich das U weil E ist hier im Integral drinnen wenn E ungleich sobald E Null ist hört das Integral auf sich zu verändern was ist die Bedeutung davon dass unsere Stellgröße wird sich so lange ändern bis der Fehler verschwindet das heißt angenommen es erreicht einen stationären Wert das U kann oder der Regler erreicht einen stationären kann natürlich immer schwingen dann wird das Integral auch nicht aufhören sich zu ändern aber angenommen es ist ein stationärer Wert der stationäre Wert kann nur erreicht werden wenn der Fehler Null ist oder wenn der Fehler Null ist dann U konstant sobald der Fehler nicht Null ist ändert sich U und es gibt keinen stationären Wert mehr das ist eine ganz einfache Betrachtung dieser Integralterm gibt Ihnen Null Fehler und Sie brauchen das K über T nicht unendlich machen nicht groß machen für jedes K über T gibt den Integralterm einen Null Fehler das heißt ich setze den ein als zweite komplexe oder Freiheitsgrad in dem Regler weil ich über den Integralterm den Fehler Null machen kann jetzt unabhängig von diesen dynamischen Aspekten der Fehler wird immer gleich Null werden mit diesem Integralterm unter der Annahme natürlich ich erreiche ein stationäres meine Stellgröße ist nicht Volt geht dann nicht zu Kilovolt dann wird der Motor kaputt und so weiter sondern es ist im vernünftigen linearen Bereich dann gibt Ihnen der Integralterm Null Fehler die charakteristische Gleichung ist hier gezeigt also ich führe jetzt dieses K ist gleich 1 K über T 1 über S ich rechne immer wieder die charakteristische Gleichung in dem Fall habe ich jetzt ein Polynom dritter Ordnung weil ich kriege jetzt natürlich einen Regler mit einer Übertragungsfunktion 1 über S das heißt ich kriege einen zusätzlichen Pol ich kriege zusätzliche Dynamik in das System das heißt von S Quadrat vom Zweiter Ordnung wird es ein System dritter Ordnung vom Regler erster Ordnung vom System zweiter Ordnung gemeinsam dritter Ordnung und wenn ich mir jetzt anschaue wie ändert sich diese Wurzelort Kurve wenn ich K größer mache dann sehe ich jetzt zuerst einmal fange ich an mit 1 über Tau 1 1 über Tau 2 vom System und 1 über 0 und 0 warum 0 weil das ist vom Integrator 1 über S ich habe einen zusätzlichen Pol bei 0 das ist mein Regler Pol und wenn ich jetzt K vergrößere was passiert mit diesen Wurzeln die eine Wurzel geht in diese Richtung die anderen gehen in die Richtung das heißt geht weg von 0 natürlich 0 wäre grenzstabil ich gehe weg von 0 und dann in dem Fall kann es auch mit großen K passieren dass ich unstabil werde in dem Fall durch die zusätzliche Dynamik dritter Pol K vergrößert hier bringt das macht das System unstabil aber für jedes K ist der bleibende Fehler 0 das heißt ich kann jetzt mich konzentrieren nur auf die Dynamik ganz egal wie groß das K ist der Fehler ist 0 durch den Integral Teil normalerweise verwenden wir die Integral Regler nicht allein sondern zusammen mit Proportional und das wäre jetzt dieser PI Regler und da gibt es Standardformen wie die Parameter definiert sind was ist jetzt Proportional was ist Integral das ist nicht eindeutig aber meistens schreibt man es in dieser Form das heißt das K unser Proportionalfaktor multipliziert die ganze Terme dahinten und hier haben wir dann den speziellen Teil 1 über TI der der angibt wie stark sich dieser Integralteil auf den auf die Stellgröße auswirkt und das wäre die Übertragungs Funktion und was Sie jetzt sehen was passiert jetzt mit dieser charakteristischen Gleichung Sie sehen dass jetzt dieser Term ist nur eine Funktion von K das heißt Sie können diesen Koeffizienten in der charakteristischen Gleichung beeinflussen unabhängig von irgendetwas anderem und Sie können diesen Koeffizienten charakteristischen Gleichung über TI beeinflussen das heißt Sie können zwei Koeffizienten die anderen zwei sind fix aber zwei Koeffizienten können Sie beeinflussen über die Wahl von K und TI also das war P und I und jetzt kriegen wir noch das D also wir verstehen was P warum das K wie sich es auswirkt wir verstehen das TI das ist der Integralterm je kleiner TI ist das soll ich noch betonen natürlich wie das geschrieben ist je kleiner TI ist desto größer ist dieser Term hier aber unabhängig vom TI kriegen Sie immer Fehler Null Sie kriegen nur Fehler Null schneller oder langsamer abhängig von dem TI das heißt Integralterm ist für asymptotisches Verhalten gegen unendlich Fehler Null der Differentialterm ist mehr das kurzfristige der Differentialterm sagt Ihnen hier dass Sie das Stellgröße proportional zur Ableitung des Fehlers machen jetzt was ist das für einen Sinn intuitiv wenn ich wenn ich einen Fehler messe und der Fehler plötzlich sehr viel sich zunimmt dann der Differentialterm schlagt aus stark sofort weil er sieht den Trend der Trend geht steil nach oben deswegen machen wir eine schnelle schnellgrößenveränderung um das zu verändern das heißt er hat einen gewissen antizipativen einen gewissen vorhersagenden Charakter mit schneller Änderung regiere ich stark mit langsamer Änderung regiere ich wenig das ist ein Differentialteil und wir sehen also hier PD-Regel also PD-Regel wäre einfach Multiplikation mit S PD wäre K und das TD und dann die Laplace transformierte davon und hier sehen wir jetzt eine typische Antwort also die typische Antwort wäre dass wenn ich hier einen anfange mit einer Rampen das hier wäre ein Rampen Fehler wenn der Fehler wie eine Rampe dann geht plötzlich der Differentialterm von 0 auf einen konstanten Term das heißt sobald der Fehler sich anfängt zu ändern ändert sich die Stellgröße sprunghaft weil die Steigung sich ändert von 0 auf eine ähnliche Steigung das heißt das hier ist der Anteil der Differentialanteil dieser Sprung hier und dann oben natürlich der Differentialanteil bleibt gleich und dann was Einfluss nimmt ist jetzt KE das heißt dass es jetzt der Proportionalteil gibt Ihnen dann zusätzlich diese Änderung die wir hier sehen also hier gezeichnet da unten ist nur der Proportionalteil hier oben ist das PD-Teil und das heißt die Änderung das D ist dieser Sprung hier Sie können auch überlegen die Distanz hier ist das TD und das TD gibt Ihnen jetzt also wie weit je größer TD desto größer dieser Unterschied hier und das heißt desto stärker reagiert dieser Differentialregler auf die Änderungen hier ein kleines Implementationsdetail also hier PD-Teil was der Implementationsdetail ist wo sollen Sie den Differentialteil hinstecken hier wäre genau das was wir im letzten Diagramm oder im letzten Gleichung gesehen haben K mal 1 plus T T DS das war unser Differentialregler wenn ich jetzt das ausmultipliziere dann gibt es K plus K T D S das heißt ich habe hier ein KD wie es da hier beschrieben ist KD und hier ein KP ok was passiert jetzt in dem Fall wenn ich zum Beispiel Sprungkauft den Sollwert ändere und das ist sehr typisch dass ich einfach sage ich möchte jetzt die Referenzgeschwindigkeit auf ein anderen Niveau bringen dann können Sie sehen was passiert hier gibt es auch einen Sprung hier drinnen und der Sprung geht in diesen Differenziator und das heißt hier kriegen Sie einen abgeleiteten Sprung das heißt Sie kriegen hier eine Delta-Funktion in diesem U drinnen und wenn Sie auch keine Delta-Funktion genau bekommen in einem wirklichen U Sie bekommen einen starken Ausschlag in der Stellgröße auf so eine Sprungänderung im Sollwert und das ist daher nicht erwünscht Sie wollen jetzt kein Infinite Peak haben da plötzlich eine Spike in dieser Spannung drinnen und das ist nicht erwünscht und daher wird normalerweise der Differentialterm nicht in diesem Vorwärtspfad implementiert sondern im Rückführungspfad und im Rückführungspfad ergibt sich daher keine Differenzierung des Sollwertes wie es im Fall B der Fall ist jetzt bezüglich der Übertragungsfunktionen wie Sie ausrechnen kriegen Sie das gleiche also bezüglich der Funktion zwischen Sollwert und Ausgang kriegen Sie das gleiche zwischen Störung und Ausgang kriegen Sie das gleiche für A und B aber die Antwort im Falle die Antwort von U im Falle dieser Implementierung B ist unerwünscht die Antwort von im Fall A ist das in Ordnung und jetzt stecken wir alles zusammen jetzt bekommen wir also drei Terme wir bekommen den P-Term den PI-Term und den D-Term und wie gesagt dieses TI und TD das ist wie es oft benutzt wird und wo ich es hier benutze aber je nachdem welche Software Sie haben das heißt an einem Real-Time Control System je nachdem ob Sie jetzt LabView verwenden oder Matlab diese Proportionalfaktoren können anders definiert sein Sie müssen daher immer aufpassen wenn Sie Regeln haben für diese Parameter wie sind diese Parameter wirklich in dieser Implementierung des Reglers in der bestimmten Software definiert aber das ist unsere Konvention wie wir diese Parameter wählen ich werde dann später am Ende sagen woher diese Konvention kommt also von wem sie kommt und wieso das PID also diese Kombination Faktoren Industriestandard das heißt Sie haben jetzt natürlich das Problem ist nicht einen Parameter mit dem Sie pröbeln müssen sondern drei Parameter den Sie probieren müssen wie man die gegeneinander abweckt um eine gute Antwort zu bekommen und das ist nicht immer einfach und daher sehr oft sagen die Leute okay vielleicht brauchen wir nämlich drei vielleicht lassen wir das D weg vielleicht lassen wir das E weg in verschiedenen Sachen weil wir dann nur zwei Parameter brauchen mit zwei Parametern spielen müssen um die gewünschte Antwort zu bekommen hier ist die Antwort gezeichnet jetzt für einen PID Regler für das System das wir uns angeschaut haben bis jetzt also diesen Motor und jetzt wenn Sie jetzt die drei Antworten sehen das wäre jetzt eine Prüfungsfrage Sie sehen jetzt die drei Antworten Sie haben Sie haben nicht das gegeben das sehen Sie nicht und Sie müssen jetzt sofort sagen welches ist welcher Regler und jetzt um Sie dazu zu führen zuerst einmal sollten Sie wissen Integralregler kein Fehler okay das ist der erste Kriterium das heißt kein Fehler ist wenn Sie eine Sollwert Änderung hier machen von 0 auf 1 hier kein Fehler muss der PE Regler sein weil es keinen bleibenden Fehler gibt Entschuldigung das habe ich jetzt total falsch gemacht das war hier das ist so dürfen Sie es nicht antworten Entschuldigung das war die Störantwort okay die Störantwort das heißt für den PE Regler natürlich hier haben Sie einen I-Anteil hier haben Sie einen I-Anteil zweimal einen I-Anteil drinnen zweimal 0 Fehler das heißt diese Antwort hier muss entweder PEI oder PEID sein das da hier hat einen bleibenden Fehler das da hier muss das PE sein okay weil es hat einen bleibenden Fehler mit einer Störung hier unten I-Anteil kein bleibender Fehler muss entweder PEI sein oder PEID sein und jetzt wenn Sie jetzt die zwei Antworten anschauen also diese gestrichelte hier und diese hier beide haben keinen Fehler dann ist ganz klar die unser Empfinden würde sagen das gestrichelte ist schlechter als das durchgezogene es schwingt und wenn die Regelereinstellung halbwegs logisch ist würde man sagen wenn ein zusätzlicher Freiheitsgrad da ist mit D sollte die Antwort nicht schlechter werden sondern besser weil im schlechtesten Fall mit dem D-Term kann man den D-Term abschalten dann gibt es den PEI Regler also wenn der halbwegs logisch eingestellt ist dann sollte es so sein dass diese schlechte Antwort vom PEI Regler ist und das sehen wir und die verbesserte Antwort über einen D-Regler PEI D-Regler weil wir einen zusätzlichen Freiheitsgrad natürlich können sie wahrscheinlich das so schlecht machen dass es umgekehrt ausschaut aber das nehmen wir nicht an logisch ist dass der D-Term die Antwort verbessert sonst würde ich den D-Term nicht verwenden hier ist es ähnlich hier ist der Sollwertsprung sie haben wieder einen Fehler für den Proportionalregler und sie haben eine verbesserte Antwort vom PEI D-Regler gegenüber dem PEI D-Regler das ist jetzt eine historische Sache historisch hat nicht irgendein Mathematiker gesagt bitte hier oder weiter Er hat nicht null Fehler er hat etwas einen kleinen Fehler es ist ein kleiner Fehler aber nicht null jetzt historisch diese Regler wurden nicht entwickelt weil irgendein Mathematiker das gesagt hat PEI D und Laplace Transformation und so weiter Historisch hat mal was gebaut okay irgendwelche clevere Ingenieure haben was gebaut und das das ich Ihnen jetzt nicht erklären will und wahrscheinlich nicht erklären könnte ohne weiter nachzudenken ist ein PEI D-Regler pneumatisch das heißt jedes Element hat seine Dynamik das sind solche Belge die sich mit Luft ausdehnen oder zusammen ziehen sie haben hier Federn die sie verstellen können sie haben hier eine Drosselklappe die sie verstellen können und über diese Schrauben und so können sie und die Feder und hier zum Beispiel wo dieser Hebelarm angreift können sie effektiv die PID Parameter einstellen das war der Ursprung und das ist dann in so eine Kabinett das Funktionsweise können sie nachlesen oder auch nicht nachlesen wird nicht geprüft das wurde dann eingebaut in eine Apparatur dieser Art jetzt wir werden später in paar Wochen hören wie man so die PID Parameter wählt und das ist also eine Regelgruppe ist von zwei Leuten entwickelt von Ziegler und von Nichols Ziegler habe ich nie getroffen Nichols war sehr lange aktiv und er hat die folgende Geschichte erzählt also die haben diese Regeln entwickelt hat er gesagt was wichtiger war als diese Regeln ist das folgende sie sind gekommen an irgendeinen Regler an irgendeine Apparatur so wie diese und mussten und mussten dann mit diesen Knöpfen herumdrehen um irgendeine vernünftige Antwort des Systems bekommen und das Problem sagte er die Knöpfe waren nicht skaliert das heißt wenn sie zu einem anderen Apparat gegangen sind total von null wieder versuchen diese Schrauben zu ändern und ein bestimmtes Verhalten zu bekommen und effektiv sie haben dann diese Knöpfe so skaliert auf diese TI TD und K Faktoren die wir jetzt in dem Regler haben das heißt diese Skalen eingeführt das heißt man konnte jetzt von einem System aufs andere übertragen und sagen ah das K muss ich so wählen es war nicht K 1 über K aber ist egal K muss ich so wählen TD das gibt mir dann eine bestimmte Antwort Vorher war das für jedes System anders und aufgrund dieser Skalierung konnten sie dann Regeln entwickeln wie ich die Antwort des System anschaue und dann diese Parameter wähle aber sie haben eigentlich eingeführt dass man überhaupt das skaliert vorher war es irgendeine Schraube an der man gedreht hat bezüglich diesen Schrauben und Theorie muss ich aber auch sagen auch jetzt noch ist Schrauben drehen vielleicht in Software und zwar zum Beispiel bei Automobil Entwicklung Herstellung und jetzt nicht der VW voll das ist ein separates Kapitel da gibt es in jeder Automobil Firma gibt es sogenannte Calibrators und Calibrators sind Leute die dann sich ins Auto setzen und dann so und so viele Schrauben das sind jetzt Software Einstellungen haben die jetzt gehen und sagen okay das ist nicht ganz richtig jetzt muss ich das ein bisschen verstellen hier Software Parameter hoch setzen das ist am Ende vom erzeugten Fahrzeug aber natürlich nicht für jedes Fahrzeug für einzelne heruntergenommen Calibrator schaut an wie soll ich diese Parameter durchprobieren da gibt es nichts keine Theorie was wir da sagen das ist einfach manuell diese Leute da gibt es wenige Leute wissen Sie vielleicht ein Dutzend oder zwei die machen nichts anderes als diese Calibration von Sachen am Automobil bevor es dann in also dann sind die Parameter fix dann wird es natürlich für die anderen Exemplare dieses Modells aber diese Calibration existiert noch immer am Ende natürlich würde man das reduzieren so weit wie möglich aber man konnte es nicht eliminieren warum weil man kein Modell hat das genau das Verhalten verhorsagen kann genug genau dass man das Kalibrieren eliminieren kann natürlich braucht man jetzt viel weniger kalibrieren als vielleicht vor 10 20 Jahren aber das Kalibrieren ist immer noch da und das schaut nicht so aus wie hier aber es ist noch da jetzt wenn wir Zeit haben und wir haben Zeit ich gebe Ihnen diese Zeit nicht ich schenke es Ihnen nicht sondern wir werden jetzt schnell das nächste Kapitel anfangen weil das nächste Kapitel lang ist und wir können das jetzt benutzen auch teilweise sowieso Wiederholung von dem was Sie schon besprochen haben und das ist die Stabilität jetzt wir haben das schon angetroffen von Antwort des Systems wie wir es jetzt gerade angeschaut haben wir haben das charakteristische Polynom angeschaut wir haben zweite Ordnung wir haben die Wurzeln ausgerechnet hingeschrieben das heißt allgemein sollten Sie wissen von dem was die Assistenten letzte und vorletzte Woche gemacht haben dass wir folgenden Satz haben über die Stabilität also linear Zeit invariante Systeme das ist alles was wir hier betrachten ist dann und nur dann asymptotisch intern stabil wenn alle Pole des Systems in der offenen linken Halböbel ein liegen und das Wichtige ist asymptotisch stabil das heißt geht gegen Null und offene linke Halböbene wichtig zu betonen also nichts an der imaginär Achse erlaubt aus der linken Halböbene und diese charakteristischen Gleichung also die Wurzeln der charakteristischen Gleichung in einer Polynom sind die Pole des Systems die Pole die wir hier betrachten das heißt sie müssen finden sie schauen die Charakteristischen Gleichung um die Stabilität zu analysieren müssen sie diese Pole finden müssen sie die Pole des Polynoms finden und jetzt sagen sie natürlich keine Kunst Matlab Pole gibt mir Problem gelöst das war nicht immer so deswegen diskutieren sie aber nicht weil viele Sachen waren nicht so und wir brauchen uns nicht mehr darum kümmern aber wir wollen manchmal sehen eine Sensitivität wie sich diese Pole verändern wenn ich irgendwelche Parameter zum Beispiel ich kann mir die Frage stellen ich habe diesen PI-Regler ich möchte zum Beispiel feststellen wo liegen diese Pole wie soll ich P und I wählen damit diese Pole immer in der offenen linken Halbe nicht liegen das heißt ich könnte natürlich tausend Beispiele machen für verschiedene PI-Parameter könnte das zeichnen etc aber manchmal ist dieser analytische Zusammenhang gut zu wissen jetzt eine Formel für diese Pole gibt es nicht oder gibt es nicht für Polynome ab 5 ok fünften Grad und das hat ein Herr Galois bewiesen und ich empfehle Ihnen dass Sie seine Lebensgeschichte lesen in den Unterlagen die ausgedruckt sind es ist eine sehr abenteuere Lebensgeschichte er hat sie mit allen Mathematikern dieser Zeit angefeindet und er ist am Ende in einem Duell gestorben also er hat eine sehr interessante Lebensgeschichte und wie gesagt was er bewiesen hat dass für Polynome 5 eine höhere Ordnung gibt es keine Formel und daher hat man jetzt numerische Approximative erfahren aber es gibt Tests um zu entscheiden liegen diese Pole in der linken Halbebene oder der rechten Halbebene das heißt auch wenn wir die Pole ohne die Pole zu finden genau zu bestimmen können wir entscheiden ist das System stabil oder instabil und da wurden zwei Tests also zuerst die Methode von Routh und dann die Methode von Hurwitz entwickelt unabhängig voneinander um zu entscheiden ob die Pole in der linken oder rechten Halbebene liegen wichtig ist der Herr Hurwitz und das sollten Sie wissen und sich erinnern der Herr Hurwitz war ein Professor in der Mathematik an der ETH und jeder der was die Regelung studiert hat weiß kennt den Namen Hurwitz die wenigsten wissen dass er hier an der ETH war Herr Routh war in England und hat mit dem Maxwell zusammengearbeitet weil der Maxwell war interessiert an diesem Wurzelproblem und Routh hat ihm die Lösung geliefert jetzt die Methode von Routh und Hurwitz sind ähnlich nicht die gleichen wir verwenden ja die Methode von Routh aber das ist mehr Geschmackssache jetzt vom Routh Stabilitätskriterium zuerst einmal folgende Beobachtung und Sie sollten das selbst für sich ausprobieren oder überlegen die Beobachtung ist dass wenn Sie so ein Polynom haben und wir werden das normalisieren das heißt wir werden die Polynome immer so schreiben dass der erste Koeffizient hier 1 ist mit dem höchsten Ordnung und die anderen sind A1 A2 A1 also wir normalisieren und die erste Frage ist wenn Sie notwendige Bedingungen für Stabilität ist dass AI größer als 0 ist dass alle Koeffizienten größer als 0 ist und das können Sie sich leicht überzeugen was passiert wenn ein Koeffizient was passiert wenn Sie faktorisieren das Polynom wenn Sie annahmen das Polynom faktorisieren dann rechnen Sie aus wie ist der Ausdruck wie schaut A1 aus A2 aus und so weiter und dann werden Sie finden dass wenn einer diese Koeffizienten zu bekommen aus der Faktorisierung kann nur negativ sein wenn auch eine Wurzel in der rechten Halbübung ist das heißt Sie sollten ohne weit dass diese notwendige Bedingung hier beweisen können vom Faktor Beschreibung des Polynoms und das Zweite was Sie vielleicht sogar noch leichter sich überzeugen könnten wenn ich ein Polynom zweiter Ordnung nehme wo ich natürlich die Quadratformel verwenden kann um diese Wurzeln zu bestimmen können Sie sehen dass für ein Polynom zweiter Ordnung wenn alle Koeffizienten positiv sind sind alle Wurzeln in der linken Halbebene immer und umgekehrt alle Wurzeln in der linken Halbebene Koeffizienten positiv das heißt für zweiter Ordnung ist diese Bedingung hier Koeffizienten positiv notwendig unhinreichend für Polynome höherer Ordnung ist die Bedingung nur notwendig und daher war jetzt die Sache wie können wir für ein Polynom hier feststellen ob die Wurzeln alle in der rechten Halbebene liegen und das machen wir dann nächste Woche aber wir werden das nicht herleiten sondern wir werden einfach das Ergebnis zeigen von Herrn Routh die Herleitung würde zu lange dauern für diese Vorlesung und für diesen Zweck und das ist einfach ein Test der ihnen dann sagt wie viele Wurzeln links und wie viele Wurzeln rechts nichts anderes guten Appetit ich habe noch mal eine Frage vorge zu vorge vorge vorge